Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Do you speak English? Sprichst du Englisch? Kannst du mir mit meinem Englisch helfen? Kannst du mir mit meinem Englisch helfen? Kannst du mir mit meinem Englisch helfen? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was machst du gerne in deiner Freizeit? I like your shirt. Where did you buy it? Mir gefällt dein Hemd. Wo hast du es gekauft? Mir gefällt dein Hemd. Wo hast du es gekauft? Have you been here before? Warst du schon einmal hier? Warst du schon einmal hier? Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist dein Lieblingsfilm? I'm here on vacation. Ich bin hier im Urlaub. Ich bin hier im Urlaub. It's a nice day today, isn't it? Es ist heute ein schöner Tag, nicht wahr? Es ist heute ein schöner Tag, nicht wahr? Kannst du ein gutes Restaurant hier in der Nähe empfehlen? Ich suche den Bahnhof. Entschuldigung, hast du die Uhrzeit? Entschuldigung, hast du die Uhrzeit? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Könntest du das wiederholen? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Könntest du das wiederholen? Entschuldigung, ich verstehe nicht. Könntest du das wiederholen? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Wie war dein Tag? Kommst du oft hierher? Kommst du oft hierher? Kommst du oft hierher? Was hältst du von diesem Ort? Was hältst du von diesem Ort? Was hältst du von diesem Ort? I'm here on business. Ich bin geschäftlich hier. Ich bin geschäftlich hier. Ich bin geschäftlich hier. Do you have any pets? Hast du Haustiere? Hast du Haustiere? Hast du Haustiere? What kind of music do you like? Welche Art von Musik magst du? Welche Art von Musik magst du? Welche Art von Musik magst du? Do you have any siblings? Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? What's your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Do you like it here? Gefällt es dir hier? Gefällt es dir hier? Gefällt es dir hier? Have you seen any good movies recently? Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? What do you do for a living? Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? How long have you been learning English? Wie lange lernst du schon Englisch? Wie lange lernst du schon Englisch? Do you like to travel? Reist du gerne? Reist du gerne? What's the weather like? Wie ist das Wetter? Can you speak slower, please? Kannst du bitte langsamer sprechen? Ich versuche, mein Englisch zu verbessern. Ich versuche, mein Englisch zu verbessern. Do you watch any TV shows? Schaust du Serien? Schaust du Serien? Schaust du Serien? Schaust du Serien? What hobbies do you have? Welche Hobbys hast du? Welche Hobbys hast du? I'm here to study English. Ich bin hier, um Englisch zu lernen. Ich bin hier, um Englisch zu lernen. It's my first time here. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin zum ersten Mal hier. Do you know any good places to visit here? Kennst du gute Orte, die man hier besuchen kann? Kennst du gute Orte, die man hier besuchen kann? What's this called in English? Wie heißt das auf Englisch? Wie heißt das auf Englisch? Can we speak in English? I need to practice. Können wir Englisch sprechen? Ich muss üben. What are you drinking? Was trinkst du? Was trinkst du? I'm here with friends. Ich bin hier mit Freunden. Ich bin hier mit Freunden. Do you like it here? Gefällt es dir hier? Gefällt es dir hier? Gefällt es dir hier? Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Weißt du, wo ich eine SIM-Karte kaufen kann? Weißt du, wo ich eine SIM-Karte kaufen kann? Weißt du, wo ich eine SIM-Karte kaufen kann? Can I add you on social media? Kann ich dich in den sozialen Medien hinzufügen? Kann ich dich in den sozialen Medien hinzufügen? Do you know a good place to get coffee? Kennst du einen guten Ort, um Kaffee zu bekommen? Kennst du einen guten Ort, um Kaffee zu bekommen? Have you traveled to other countries? Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist dein Lieblingsbuch? I'd like to learn more about your culture. Ich würde gerne mehr über deine Kultur erfahren. Ich würde gerne mehr über deine Kultur erfahren. Do you play any sports? Treibst du Sport? Treibst du Sport? Treibst du Sport? Have you been to any concerts recently? Warst du kürzlich auf Konzerten? Warst du kürzlich auf Konzerten? Was ist dein Lieblingsteil der Stadt? Was ist dein Lieblingsteil der Stadt? Kannst du eine gute Bar in der Nähe empfehlen? Kannst du eine gute Bar in der Nähe empfehlen? Are you here with family? Bist du hier mit der Familie? Bist du hier mit der Familie? What did you study in school? Was hast du in der Schule studiert? Was hast du in der Schule studiert? Was hast du in der Schule studiert? Do you have any recommendations for books in English? Hast du Empfehlungen für Bücher auf Englisch? Hast du Empfehlungen für Bücher auf Englisch? How do I say this in English? Wie sage ich das auf Englisch? Wie sage ich das auf Englisch? Can I practice English with you? Kann ich mit dir Englisch üben? Kann ich mit dir Englisch üben? Kann ich mit dir Englisch üben? Do you know a good place to study English? Kennst du einen guten Ort, um Englisch zu lernen? Kennst du einen guten Ort, um Englisch zu lernen? Was ist dein Traumjob? Was ist dein Traumjob? Was ist dein Traumjob? Do you like to cook? Kochst du gerne? Kochst du gerne? Kochst du gerne? What's the best way to learn English? Englisch Was ist der beste Weg, Englisch zu lernen? Was ist der beste Weg, Englisch zu lernen? Könntest du bitte ein bisschen langsamer sprechen? Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Kannst du mir helfen, zu finden? Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Kannst du mir helfen, zu finden? Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Kannst du mir helfen, zu finden? Ich suche einen Ort zum Entspannen. Hast du Vorschläge? Ich suche einen Ort zum Entspannen. Hast du Vorschläge? Ich suche einen Ort zum Entspannen. Hast du Vorschläge? Wie verbringst du gerne deine Wochenenden? Wie verbringst du gerne deine Wochenenden? Wie verbringst du gerne deine Wochenenden? Was magst du an dieser Stadt am meisten? Was magst du an dieser Stadt am meisten? Was magst du an dieser Stadt am meisten? I'm trying to find the best coffee in town. Ich versuche, den besten Kaffee in der Stadt zu finden. Ich versuche, den besten Kaffee in der Stadt zu finden. Ich versuche, den besten Kaffee in der Stadt zu finden. Warst du in letzter Zeit bei guten lokalen Veranstaltungen? Was ist der interessanteste Ort, den du je besucht hast? Was ist der interessanteste Ort, den du je besucht hast? Hast du ein lokales Lieblingsgericht, das ich probieren sollte? Hast du ein lokales Lieblingsgericht, das ich probieren sollte? Hast du ein lokales Lieblingsgericht, das ich probieren sollte? I'm trying to improve my accent. Can you notice it? Ich versuche, meinen Akzent zu verbessern. Fällt es dir auf? Ich versuche, meinen Akzent zu verbessern. Fällt es dir auf? Was ist das lustigste Wort, das du auf Englisch kennst? Was ist das lustigste Wort, das du auf Englisch kennst? Hast du Tipps, um schneller Englisch zu lernen? Hast du Tipps, um schneller Englisch zu lernen? Hast du Tipps, um schneller Englisch zu lernen? Ich habe heute diesen Ausdruck gehört, aber ich verstehe ihn nicht. Kannst du es erklären? Ich habe heute diesen Ausdruck gehört, aber ich verstehe ihn nicht. Kannst du es erklären? Ich habe heute diesen Ausdruck gehört, aber ich verstehe ihn nicht. Kannst du es erklären? Was ist dein liebstes englisches Wort? Was ist dein liebstes englisches Wort? Was ist dein liebstes englisches Wort? Findest du es schwierig, Englisch zu lernen? Findest du es schwierig, Englisch zu lernen? Was ist für dich der schwierigste Teil beim Englisch lernen? Was ist für dich der schwierigste Teil beim Englisch lernen? Was ist für dich der schwierigste Teil beim Englisch lernen? Können wir zu Englisch wechseln? Ich brauche wirklich die Übung. Können wir zu Englisch wechseln? Ich brauche wirklich die Übung. Ich lerne noch Englisch, also bitte habe Geduld mit mir. Ich lerne noch Englisch, also bitte habe Geduld mit mir. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, Englisch zu unterrichten? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, Englisch zu unterrichten? Do you use any apps or websites to learn English? Nutzt du Apps oder Webseiten, um Englisch zu lernen? Nutzt du Apps oder Webseiten, um Englisch zu lernen? Nutzt du Apps oder Webseiten, um Englisch zu lernen? Dann gehen wir jetzt wieder. Vielen Dank.